Oh mein Gott, das erste Mal wird der Flak in unserer neuen Wohnung gestartet. Das ist Outfit-Check, das ist mein Koffer, Wohnung-Check. Das ist Vanins-Koffer. ...von euch ein Glätteisen mit und schickt da ein Emoji weinend gesagt. Antwort an die Gruppe. Was möchtest du das coole Haus sagen? Nein, LG Jana. Fertig. Deine WhatsApp-Nachricht lautet, nein, liebe Grüße Jana Schleife. Möchtest du sie ändern oder senden? Gratis-Packen in Wien. Jetzt weiß ich, wir trägst noch ein bisschen Slush. Auf Jessie-Snacken. Wir sind angekommen. Nicht, wenn Doppelkin-Filmen da wäre. Jetzt gehen wir uns noch was zum Essen holen, weil wir haben noch gar nichts gegessen und das ist für mich und ich, Janine, nicht normal. Aber ja, und dann geht in einer halben Stunde, gehen wir mal zum Treffpunkt. Eyyy. Juhu. Juhu. Wir essen jetzt. Sieht man da die Kilo? Ja. Nein, da oben. 22? Juhu. Ja. Perfekt. Und? Juhu. 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 Okay, dann müssen wir wohl umpacken. Juhu. Keiner mehr. Ein Koffer-Switch. Es werden einfach die Sachen getauscht, weil Lara im Koffer 30 Kilo hat. Nicht Laras. Wen kategorie dann? Uns allen. Es gehört alles der Julia. Sie hat einen abgegebenen Koffer von Lara. 30 Kilo. Alle auch in der Koffer? 23. 23. Oh mein Gott. Es kann sich auch... Wow. Easy. Die Janine, die kann es reinschmeißen. Die Janine kann es in uns nehmen. 4 Kilo. Wow, Jana. Alle mir nach. Ja, Jana und ich sind die Anführer. Wir spielen jetzt Uno Flips. Juhu. 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 Schau, Schau, wie muss ich den Koffer geben? Du hast jetzt einen Male-Carrient für einen Moment. Mit deinem Bopper. Ja. Hey. Hey. Die Tratschritten sitzen zusammen. Missing Emma und Phoebe. Und wir haben noch so Flips. Katayana. Kat mir. Ich bin mit den zwei vollen Matienten in einer Reihe. Kurzer Schnappschuss, wurde endlich. Yay! Life is a highway, bitches. Bang! Klatschen wir? Leiten wir das? Eins, zwei, drei... Ich weiß nicht, ob es so eine Fake-Nachricht ist, aber... Julia, wenn wir... Was steht da? Wir sind jetzt in Norwegen! Mach Klo! Da ist ein Klo! Joe and the Juice! Milly, unser Traum! Wir sind im Bus! Hier ist Diana und die Janine sitzen dann hier! Oli, Ola, Ola! Wo ist meine? Oli, Ola! Wir singen im Rock! Wir singen im Rock quasi! Ja, Sonntag singen im Rock! Ja, es schmeckt halt! Mango, Mama, früher schonin! Aber... Komm! Boah, Elli, du gibst ja voll Gas! Ich hab schon zwei Arme, ne? Wenn ihr jetzt auch nicht schafft, das ist so witzig! Wenn Janine es jetzt schafft, dann ist sie die Stärkste aus dem Team! Ja, sie hat es geschafft! Die Fifi wird jetzt ein... Weiß ich nicht! Diana! Jetzt bin ich stark genug! Geile Frise, geiler Abdruck... Was wirst du da? AAAAAAAA! 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 Da war gerade Schweden und Elli dachte, es ist schon vor! AAAAAAA! AAAAAAA! Wir sind hier! AAAAAAA! Das sind solche zwei Patienten, ne? AAAAAAA! Zuhause vier! AAAAAAA! Unlock! AAAAAAA! AAAAAAA! Warte! Das sind Schlagbutteln! AAAAAAA! Alles wird hier schwach! Oh mein Gott! Ich schlafe nicht im Schlagbild-Tipps! Huhu! Komm mal rauf! Ich komm schon, das ist nicht so leicht! Film mich mal hier! Das ist eine Bergwanderung darauf! Vor allem, man muss anmerken, es ist einfach... Wir spülen jetzt gerade! Und hier sind wir! Die Chanille und ich haben gerade einen Tipp alleine! Wie geht jetzt die Food... Die Essensgutscheine holen für unsere Athleten! Damit die alle schön essen können! Und stark und groß werden! Großen, stark werden! Und da vorne ist der Strand! Und überall! Es sind halt wirklich überall Chili da! Okay Leute, wir haben die Sachen für... Wir dachten, wir holen das Frühstück! Auf einmal stellen sie uns die Box hin! Ja, und wartet! Ich habe noch die ganzen Anmeldungen da drinnen! Warte, es ist so schön! Die Sonne scheint richtig nice! Wir können jetzt... 2 Kilometer die Sachen fahren! Aber das ist kein Problem! Es reicht einfach! Wir sind klar! 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 Alleine kann ich es nicht machen! Die kleinste! Alleine kann sie nicht machen! Die Fenja ist auf jeden Fall die jüngste in diesem Zimmer! Ja, aber TT nicht! Und die Lia die kleinste! Also zwei immer wieder! Und die Phoebe die dümmste! Ja! Boah! Oh mein Gott! Sie kommt gleich wieder! Team Dinner! Team Dinner! Mit sieben Leuten! Weißt du nicht, dass das so extrem ist? Ja! Ja! Warte, 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 warte! Leute! Was? Ah! Weiß! Schau! Emma, schau! Wir haben uns im Zimmer mit dem Stein ein Schwein abgeschlachtet! Ja! Die Phoebe das Schwein! Ah! Ah! Die Elke denkt sich so... Ja! Let's go! Ich reiche gleich den Kopf ab! Aggressionsproblem! Leute! Entspannt! Leute, ich dachte ihr macht ein Wettrennen! Zeigt uns den Weg! Es sieht so aesthetic aus, Leute! Ich schwör's euch! Seit wann läuft sie so schnell, Leute? Hat die Gloria überhaupt schon die View hier gezeigt? Pretty! Leute! Ich hab's hier! Hundert! Ich spalt mich an! Ich bin auf einem Bein unterwegs! Leute! Polen oder Monaco! Schreib's in die Kommi! Oh! Oh! Du bist fertig! Das ist ein Lifttraining vorher! Ja! Danke, Ju, an der Stelle! Yay! Wir sind jetzt beim Strand angekommen! Und als nächstes auf der Bühne haben wir Jana Maria Bieder! Das ist Maria! Ohhhhhhh! Es ist so schön! Du hast es gesagt! Ich will die Wette zurücklassen! Das geht nicht! Katrin, geh jetzt runter von da! Okay, ich hab's gar nicht zu! Die Fili hat gesagt, für 100 Euro! Ich bin voll die Angst! Katrin? Ja? So! Was willst du erzählen? Also das war ein sehr langer Tag! Jana! Hier hört man nichts! Doch, weil Jana schreit im Hintergrund! Jana! Oh hey! Ja, bist du noch da? Oh hey! Leute, traut ihr euch lieb! Das ist so angeschaut! Hey! Alter, ich wurde gerade attackiert! Wow! Yay! Das ist so, hier geht's hier wirklich ab! Bei G6! Wow! Vorsicht! Nein! Bitte nicht in den Busch, Leute! Das ist echt ekelhaft! Die Fibi hat mich auch geschlagen! Jetzt hat sie sich selbst geschlagen, weil sie sich schlecht gefühlt hat, weil sie mich so zusammengefügelt hat! Leute, das war der erste Tag! Yay! Yay! Wir sehen uns morgen! Warte, wie spät ist es? Zeig! 23.24 Uhr! Und es schaut aus, als wäre es so 18 Uhr oder so! Ist es auch! Es ist echt schlimm! Tschüss! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's!